Herzlich Willkommen Leute, ich bin's wieder, euer Alex und wir machen heute natürlich weiter. Stihl Santinis Waffenkarte, das hatte ich vor zu machen, machen wir natürlich auch. Nein, ich hab die Karre nicht getuned, die hört sich so an. Würde sie ja sagen, so wie so ein Exportkarre aus The Fast and the Furious. Nur dass der Speed so ein bisschen fehlt, muss ich eingestehen. Parkplatz. Die haben alle Probleme hier, die springen alle auf die Straße, ich weiß nicht was die haben. Naja. Wo? Warum hört er mich denn nicht? Ich bin hier. Alles klar. Komm her Schätzenein, wir shoppen hier was für dich, was schön ist. Na gut, das ist so spritzt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Lass die Tür jetzt so, ja habt ihr das selber gesehen. Sput nur mal zurück, dann guckt das euch nochmal an. Das ist schon krass. Wenn man so die Blutspritze so verfolgt, naja. Die Frage ist, wo komme ich denn noch rein? Kann ich auch hier rein? Oder geht das nicht? Aber da oben ist ne Tür. Das sieht gut aus. Was? Wie jetzt? Da ist ne Weste? Achso, die ist, ähm... Achso, die ist, ähm... Warum ist denn da Markierungen eingegangen? Was ist denn da drinne? Das muss ich eben knacken. Aha! Oh oh. Ich weiß nicht, wo ich hier bin, Leute. Das ist wie so ein Geheimunterboss. Eingang. Das gefällt mir auf jeden Fall, wenn ich wüsste, wo ich bin und komme ich so an meinen Dings. Das ist hier privat und so, zieh Leine. Ich bin ein armselige Schwein. Ich brauche Unterschlumpf. Ich habe keinen Kopf über dem Dach. Dann stehst du. Scheiße. Gute Ausrede, ne? Wer ist da rum? Oh. 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 Eingang. 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 oh fuck mit dem scheiß auch nicht gerechnet darf ich den abknallen keiner gehört keiner gesehen und ich bin sicher macht auch nicht solche faxen so ich brauche den nächsten leise so der nächste ist da vorne stecke ich mal eben ganz kurz weg weil ich weiß ganz genau ich pack das ohne ganz leise hier ist keiner alles klar wer ist denn da aha da oben ist er alles klar da muss ich irgendwie hinkommen scheiße ist ein großes gebiet ich höre da oben da vorne ist auch einer und da unten wahrscheinlich kann ich auch verdammt was war das das war dein vogel in deinem ohr der dich führte zu mir moment solle nur herkommen verdammt ja also herkommen verstehe ich schon ich bin der leise killer der euch alle erledigt ganz plötzlich aus dem schatten hinaus und euch beobachtet wo ihr lang lauft wenn ich weiß wo ihr seid dann seid ihr alle erledigt bis ich den letzten penny aus euren taschen ziehe ich höre dauernd schritte das gefällt mir gar nicht ach da oben ist er deswegen höre ich den der will zu hause sein er hat keine lust mehr hoffentlich erschreckt die sich nicht wenn ich den töte wir warten mal was ist denn der kerl ach da kommt er da unten habe ich einen vergessen nehme ich gleich noch ran aber erstmal muss ich den töten und damit wahrscheinlich eine kreischende sekretärin wenn sie das sehen sollte okay keiner gesehen okay Aha, so geht das. Melon, seid ihr auch still? Beim Tippen, ich muss den Typen da mal eben abstechen. Das habe ich gemeint. Das ist Schwarzgeld, Madam. Wisst ihr das? Den Koffer will ich auch haben, da ist auch Geld drin. Mann. Die hinteren Fenster dürfen unter keinem umstehen offen stehen. Wenn ein wichtiges Auto im Gebäude ist, es ist mir scheißegal, wie heiß es wird. Der nächste Idiot, der diese verfluchten Fenster öffnet, steckt tief in der Scheiße. Beat Santini. Alles klar. Aha. So Freunde, ich habe irgendwo noch einen Typen gesehen. Das ist der einzige in der ganzen Scheißfirma hier, der noch am Leben ist. Okay, zwei. Money. Money. Mani, money. Könnt ihr spüren, ich habe was gehört. Ja, das war ein Pfeifen. Das war dein Vogel im Schädel vielleicht. Guck mal nach. Ich habe nur ein einziges Mal rumgeballert. Und das war mit einem Schalldämpfer. Und das war es eigentlich schon. Ich stehe die Karte. So, Freunde. Moment. Ich habe da irgendwas gehört. Kann doch nicht sein. Aha. Dein Arsch ist also zu gut für sie, ja? Hab ich das gesagt? Peggy ist einfach nicht mein Typ. Hab gehört, was du zu Spicoli gesagt hast. Freunde, tut mir leid, aber ich habe es wirklich jetzt einig. Oh, der ist da drüber geflogen. Scheiße, Mann. Das waren die einzigen, die ich vergessen hatte. Sorry. So, Freunde. Das war es jetzt. Jetzt mache ich das in die Luft sozusagen. Ich mache das Ganze gar nicht kaputt. Dann haben wir das auch erledigt. Bam. Und der nächste bitte. Aha, da oben auch noch. Okay. 725 Dollar bleiben noch übrig an Schaden. Jetzt ist die Frage, wo ist das? Ich weiß es nicht. Naja. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich woanders sein. Weil hier steht auch Handel mit Militärwaffen. Haben wir es geschafft, Leute? Ja, haben wir es geschafft. Alles klar. Ja, dann muss ich mich verabschieden, Leute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bleibt anständig. Und ciao.